Die Mainschiff-Flotte blickt auf eine erfolgreiche Geschichte zurück. Im Mai 2009 startete die Mainschiff 1 ihre erste Kreuzfahrt und seitdem sind noch weitere Schiffe hinzugekommen. Mit unserem hervorragenden Produkt haben wir viele Gäste erreicht. Viele haben wir zu Fans gemacht. Aber das beste Schiff ist nichts ohne seine Crew. Das Schiff ist der Körper und sie sind die Seele. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017